Die Digitalisierung schreitet voran. Allein Samsung verkaufte 2021 weltweit 272 Millionen Smartphones. Viele dieser Geräte sind voller moderner Technologie und bieten schnelle Rechenpower und Kameratechnik im handlichen Format. Davon können der Transport- und Logistiksektor oder die Retailbranche profitieren. Denn viele Unternehmen greifen noch immer auf teure Spezialgeräte, sogenannte MDEs, zurück. Dabei kann ein Smartphone oft ein praktisches Scandevice sein. Es ist zuverlässig, robust und vor allem flexibel einsetzbar. Beispiele gefällig? Die Handrückenscanner von ProGlove ergänzen die Samsung Galaxy X-Cover Geräte passend. Sie beschleunigen und können ablaufende Prozesse erleichtern und dafür sorgen, dass die Hände frei bleiben. Damit können sich Produktivitätssprünge von bis zu 30 Prozent ergeben. Scanded Smart Data Capture Lösungen auf Smart Devices automatisieren Prozesse durch die Erfassung von Daten aus Barcodes, Text, Ausweisen und Objekten. Scanded ermöglicht so Innovationen, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen und die Mitarbeiterbindung und Kundenloyalität erhöhen. Mit Lösungen wie MatrixScan AR ermöglicht Scanded die gleichzeitige Erfassung mehrerer Barcodes. Dadurch werden Prozesse um das bis zu Fünffache beschleunigt. Gleichzeitig eingeblendete Augmented Reality Overlays liefern dabei relevante Informationen. In Kombination mit Samsung Galaxy X-Cover Geräten schafft Scanded so gute Voraussetzungen für intuitive, skalierbare und automatisierte Prozesse. Die Ladeinfrastruktur ist bei MDE Devices ein neuralgischer Punkt. Eine zuverlässige Ladeinfrastruktur ermöglichen die Co-Mtech X-Cover Charging Cradles. Diese sind mit robusten Pogo-Pins ausgestattet und können vor Überhitzung schützen. Das Ladesystem ist zukunftsorientiert und ressourcenschonend. Auswechselbare Einschubhüllen sorgen dafür, dass auch neue X-Cover Generationen aufgenommen werden können, ohne die Basisstation der Ladeinfrastruktur ersetzen zu müssen. Dieser Umstand soll die Umweltbelastung um 95 Prozent und den Austauschpreis des Ladesystems um 93 Prozent senken. Durch den Co-Mtech SLED, einer Hülle mit integriertem Scanner, erweitern Sie das Smartphone bei Bedarf in ein MDE-Device mit Near- und Long-Range-Scaneinheit. Technologie und Flexibilität, Robustheit, Leistung, Kosten und das Scanning an sich sind die Parameter, um die es geht. Schauen wir uns das genauer an. Smartphones als Scanning-Devices können Innovationsblockaden durch kürzere Austauschzyklen als bei klassischen MDEs verhindern. Das bietet viel Spielraum, um moderne Technologien in der Applikation zu integrieren, da ausreichend Rechenpower zur Verfügung steht und dieses oft bei geringem TCO. Robustheit. Das Samsung Galaxy X-Cover 6 Pro hat 21 Tests des 1.810 Standards bestanden und verfügt über einen IP68-Schutz und kann auch Stürze aushalten. Leistung. Moderne Smartphones sind performant. Die stetige Weiterentwicklung von Fachapplikationen oder neue Apps erfordern Rechenpower. Die ist beim Smartphone vorhanden. Das kann sich auf die Kosten auswirken. Beim Einsatz von RUG-Smartphones kann der TCO im Vergleich zu spezialisierten Geräten merklich geringer ausfallen. Und das Scanning? Performant durch beeindruckende Kameratechnik in aktuellen Smartphones oder professionelles Zubehör. Das ermöglicht moderne Arbeitsweisen. Zusammengefasst. In vielen Anwendungsbereichen sind Smartphones heute praktische Scan-Devices. Unternehmen, die ihre Prozesse zukunftsorientiert aufstellen wollen, brauchen einen kompetenten Partner an ihrer Seite. Samsung Partner Comsa ist dafür ein passender Partner. Als Professional Managed Service Provider bietet Comsa Geräte, Zubehör, Software und Lifecycle Services zuverlässig aus einer Hand. Informieren Sie sich jetzt. Mehr dazu finden Sie auf der Website www.samsung.com.de slash business